Untertitelung des ZDF, 2020 Die Hauptfigur Saïde wird getanzt von Esther Jacobs Föck. Wenn ich auf der Bühne stehe und tanze, dann bin ich ganz in meiner eigenen Welt. Und das genieße ich in vollen Zügen. Seit 2011 lebt Esther Jacobs Föck in Deutschland. Die süddeutsche Stadt Augsburg ist dank des Flüchtlingsprojekts Grand Hotel Cosmopolis ihre neue Heimat geworden. Hier lernte sie auch Cornelia Lanz, die Initiatoren der Oper Saïde, kennen. Bevor ich zu Saïde kam, habe ich hier an der Bar ausgeholfen. Das Haus hier ist ein Ort, an dem einerseits Flüchtlinge unterkommen und andererseits auch normale Hotelgäste übernachten. Es ist eine Begegnungsstätte. Noch heute kommt Esther Jacobs Föck oft hierher. Der hauseigene Beauty-Salon ist Treffpunkt für die unterschiedlichsten Nationen. Unser Beauty-Salon ist nicht wie die anderen in der Stadt. Wir stützen uns gegenseitig, weil wir auch unsere spezielle Situation kennen und wissen, wie es uns allen damit geht. Das ist das Besondere. Esther Jacobs Föck verließ ihre westafrikanische Heimat Nigeria vor vier Jahren, zusammen mit ihrer heute zwölfjährigen Tochter Sarah. Bis 2011 war Esther Jacobs Föck eine unabhängige Frau, verdiente in Lagos als Tänzerin und Choreografin gut. Sie lebte mit ihrem Freund und der gemeinsamen Tochter zusammen. Nach Deutschland floh sie, als er beschloss, ihr das Kind wegzunehmen. Sie sollte beschnitten werden und da bin ich total dagegen. Das sollte keinem Menschen auf der Welt widerfahren. Ich möchte nie erleben müssen, dass ihr so etwas angetan wird. Und das war dein Geburtstag. Oma und ich? Oma und du. Und du siehst so glücklich aus. Vermisst du Oma? Yes, me too. Ich auch, ich auch. Me too. Die afrikanischen Traditionen fehlen der 31-jährigen Mutter. Die afrikanische Gemeinschaft in Augsburg ist nur ein kleiner Trost. I'm fine, good evening. Guten Abend. Can you buy something? Yes. Guten Abend, was möchten Sie kaufen? Haben Sie Kochbananen? Ja, ich habe grüne und gelbe. Dann nehme ich zwei grüne und drei gelbe. Ich vermisse so viel, aber Gott sei Dank gibt es hier im Afro-Shop ein paar Dinge aus der Heimat. Mit der Flüchtlingsoper Saide hat Esther Jacobs Völk in diesem Jahr begonnen, sich auch beruflich wieder ein neues Leben aufzubauen. Wir werden den Drachen töten! Gerade tourte das Projekt durch Deutschland. Sogar vor dem Bundespräsidenten hat das Ensemble schon gespielt. Vom Asylantenheim zum Bundespräsidenten, das ist doch mal was. Er bedankte sich für meinen Auftritt und sagte, dass er stolz auf mich ist. Noch während des Asylverfahrens hat Esther Jacobs Völk ihren heutigen Mann Roland kennengelernt. Bananen? Ja, Pflanzen. Ja, gut. Noch 20 Minuten. Okay. Aha. Gut. Und dann Tomato Saucer. Okay. Im Frühjahr hat das Paar geheiratet. Die 31-Jährige ist mit ihrer Tochter Sarah endlich angekommen. Die Zeit zuvor, was nichts zu tun hat, nur zum Ruhmsitzen, verdammt war, da war sie auch dann immer nervlich, belastet. Und jetzt, wo sie merkt, dass sie wieder in eine Richtung vorwärts geht, jetzt kommt sie auch so langsam richtig ab und man merkt, dass sie den ganzen Power, den sie hat, sie hat ziemlich viele Energien, kreativ und kennt Leute überall, ganz Deutschland. Ich habe kein zweites Leben, das Leben ist das Leben und dieses ist mein Leben und das habe ich zu leben. Und dank der Flüchtlingsoppa Saide kann Esther Jacobs Völk ihr Leben auch wieder genießen. Ich habe kein zweites Leben, das Leben ist das Leben und das Leben.